Hier wieder aktivieren und hier wieder aktivieren. Drei haben wir noch. So, jetzt lassen wir es mal bis 12.40 durch. Das geht sich aus, dass wir eine Kohle kriegen. Überhaupt kein Thema hier. Wir spiken die Menschheit zu hier. Ein grüner. Zack, Bomm ist er weg, Leute. Locker, zackig und auflockig geht es. So, ich muss mal kurz gucken. So, hier noch ein bisschen. Ja, 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 es ist gegangen. Oh, komm. Irgendwo ist es. Da, da, jetzt habe ich es wieder nicht. So ein kleiner Fleck. Ich würde es sammeln hier. Jetzt auch. Und zwar machen wir hier dicke Dinger. Und dann machen wir nur zwei zum aktivieren. Einmal hier. Und eine noch. Da hinten. Und zwar auch dicke Dinger. So, Ladies and Gentlemen. Wave 33. Das können wir jetzt so durchmachen. Bis Wave 45, denke ich, geht es locker. Ohne, dass wir was machen müssen. Und dann schauen wir mal, was wir noch alles haben. Bis zu 45, dann muss ich eine halbe Million haben. Damit wir hier noch weiterkommen. So, der Grüne instant weg. Das läuft. Also, ein Grüner ist überhaupt kein Thema. Aber es wird nicht nur bei einem Grünen bleiben. So, Brief 33 haben wir geschafft. So, Brief 33 haben wir geschafft. Und Grüner wieder. Weg ist er. Dann kommen schwarze DDT's. Sind auch gleich instant weg. Wieder ein Grüner. Ja, wenn sie am Anfang kommen, kommen sie schon ein bisschen weiter rein. Und noch ein Grüner. Auch weg. Jo, Wave 36 ist soweit kein Problem. Siebenmal aktivieren insgesamt einmal. Viermal haben wir dicke Spikes. Das heißt, elf Spike Factories. So, haut wunderbar hin hier. Die werden schön vernichtet. Alles rot schon hier. Ruhi, 40 einmal. Ja. 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 Wieder ein Grüner. Auch wenn's denn weg. Der nächste Grüne und noch ein Grüner sogar. Zwei Grüne. Alles weg. Das läuft. Wollen wir mal schauen, was die da rügt für den Range haben. Ja, ein bisschen auf. Also, das geht. Die schießen auch auf die Bosse. Das finde ich super. Aber machen natürlich auch guten Damage. So, zwei Grüne wieder. Weg sind sie. Aber kommen jetzt schon ein bisschen rein. Bin noch nicht sehr weit. Räuft 42, Leute. Mehrere Grüne. Drei jetzt schon. Oh, diesmal kommen sie sehr weit. Müssen wir bald was machen hier. Aber noch geht's. Wurf 42 haben wir geschafft. Da geht's, Leute. Wurf 43. Es geht voran. Die, die Tees wollen hier mitmischen. Drei Grüne. So, alle drei sind weg. So, wie gesagt, bis 45 wird's gehen. Dann müssen wir was machen, sonst wird's stressig. Und wir haben die 500.000 bis zu 45 jetzt zusammen. Ich glaub, das wird sich auch rausgehen. So, jetzt wird's aber schon ein bisschen knapp hier und ungut. Rückschippet auf den falschen Knopf und denk mir, warum die Leertus denn nicht geht. So, wir brauchen mehr Schiffe. Können wir haben. Nein, genau noch eins. Haut hin. Da unten eins. So, wie viel haben wir noch? Vier Schiffe. Ist die eine ordentliche Range an? Sollten schon innerhalb des Towers hier sein. Ja, noch hin. So, haut hin. Drei Grüne da unten noch. Das müssen wir jetzt ein bisschen einziehen. Weg. Läuft. So, lassen wir den in den Turbo rein. Spike so eine Hände. Der Turbo hilft auf jeden Fall auch. Wave 46. So, wieder grüner. Nein, grüner ist jetzt nicht das große Problem. Wave 47. Das ging locker, zeig ich, locker. Sammeln wir die Roten noch ein bisschen auf hier. Weg damit. 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 Jawoll, haut einwandfrei hin. Ah, dieser Turbomotor hilft auf jeden Fall. Diese Schwarz sind ein bisschen lästig, aber sonst geht's hängen. So, den einen kriegen wir auch noch. Muss man sogar ein bisschen was aktivieren jetzt schon. Aber das haut schon hin. Wave 50, Leute! Supermarkes könnt ihr langsam machen. So, machen wir mal einen Supermark hierhin. Inklusive der Geheimwaffe für... Bummticker und weg ist das Gesindel. Jetzt haut er rein wie die Sau. Yeah, man! Da kommt nichts mehr durch. Es könnte vielleicht... Fie, 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 fie... Vielleicht... ...sogar ein Rekordchen werden. Ich weiß es nicht, muss man schauen. Sehr schwierige Strecke, weil halt nur die Spikes oben sind. Wir müssen die hier alle vernichten. Die dürfen da nie runterkommen. Das ist halt es. Aber es sieht nicht schlecht aus bei Wave 50, Leute! Bumm, Digga! Da haut er rein. Ja, der Supermarkt geht, der haut hier richtig rein. So, alles zuspacken hier. Turbomod! So, wir machen noch ein paar Supermonkeys hier jetzt hin. Da oben auch. Da sitzen sie besonders gut. Hier würde ich gerne irgendwo hin, aber es würde nicht gehen. Ah, da ist sie gegangen irgendwo. Scheiße! Ah, hier ist es gegangen, jetzt geht es nicht mehr. Scheiße! Ach komm! Vorher wollte er da sitzen, jetzt nicht mehr. So nah, Schaffe! Bumm, Junge! Und wegkaut hat es alles! So schaut es aus! Da ist der Turbo drin, Leute! Und wir haben's! Weiter geht's! Richtung Wave 77 wollen wir mal wieder was kriegen. Wave 53 sind wir! Es geht voran! So, Turbo rein! Boom! Alles zuspiken! Sehen wir gar nichts mehr. Aber ist egal, funktionieren tut's! Wave 53 ist es! DDT's wieder! Und zwar ein Haufen! Zwei Supermarkes haben wir noch! Wo setzen wir die hin? Können wir hier einen hin? Ne! Scheiße! Können wir da hinten einen hin? Da muss man sitzen! Möchte er nicht da sitzen! Und dann gleich da hinten daneben! Ich seh nix! Geht weg hier! Sind die lästig, die... Grünen, wenn ich nix sehe! So, alles zuspiken wir da! Das sollte reichen hier! Jawoll! Den Rest machen die... Supermarkes! Yes! Der haut da wunderbar hin! Da kann man nicht beckern! So! Wave 55 immer! Alles ein bisschen zuspiken hier! So! Alles schön eingespeckt! Ja! Die Supermarkes, die machen ordentlich Wumms-Bombs hin! Wave 56! So! Jetzt werden wir mal die ganzen Supermarkes aktivieren! Hier, wenn sie durch sind! Aber nicht, wenn sie durch sind! Dann sind wir uns spät! Ja, ab dessen natürlich! Können wir mal alles vernichten hier! Hier! Also! Boom, Digga! Und weg sind sie fast alle! Dead läuft! Nicht ohne Lecks, aber eigentlich sehr gut! Rot! Wo ich 57, Leute! So! Alles aktivieren! Bis die mal aufplatzen hier! Dann kann man die Roten ein bisschen wegsaugen! So! So! Jetzt müssen die Supermarkes hier reißen! Das haut auch so weit ganz gut hin! Und Wave 58! 50! Lassen wir den Turbo machen! Und Junge! So da! Wir machen wieder mal nen Cut! Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich! Liked mich! Schreibt nen Kommentar! Ich würde mich wirklich drüber freuen! Bis zum nächsten Mal! Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe! Tschüss! Ich bin jetzt! Schreibt auf! Ich bin jetzt! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020